Auch Reinhard Scherbaum hat es früh nach draußen gezogen. Ein bisschen was zu lesen hat der Rentner dabei. Ein guter Start in den Tag. Ich finde es ganz toll. Man kann sich also ganz locker entspannen. Und das schon morgens um 10 Uhr. Und damit beginnt der Tag eigentlich positiv.